Nobel, ich habe gerade ein Abo bei dir gekauft. Das ist das Erste, was ich hier abgeschlossen habe. Aber das Geld wurde abgehoben. Aber das Abo habe ich nicht bekommen. Weißt du, woran das liegen könnte? Ja. Du bist nämlich drauf reingefallen. Leute, ihr könnt die Sub-Buttons weglegen. Wir haben ihn. Wir haben ihn, ne? Das sind alles Schauspieler im Chat. Schau mal, da. Das sind alles Schauspieler. Ja, der da. Das sind alles Schauspieler. Wir haben da einen Sub gezogen. Den teilen wir jetzt. Und dann geht es ab nach Mallorca, ne? Willkommen in der Abo-Falle, Kollege. So nämlich. Endlich, komm, leg die Masken ab. Wir haben ihn. Wir haben ihn. So.